Umweltbewusst, natur- und tiergerecht handeln – das, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ist das anspruchsvolle Ziel des GOP Naturaplan, das wir mit Ihrer Hilfe wollen und erreichen können. Seit der Einführung des ersten Naturaplan-Produkts vor rund 1,5 Jahren ist GOP Naturaplan-Familie nämlich ganz schön gewachsen. Je nach Region finden Sie in unseren Läden Natura-Beef, Schweizer Qualitätsfleisch aus kontrollierter, artgerechter Tierhaltung, Bio-Käse aus Betrieb, die nach der strengen Richtlinie des VSBLO arbeiten, der Vereinigung biologischer Landbauorganisationen, Bio-Joghurt, ebenfalls aus biologischer Milch, separat gesammelt, transportiert und verarbeitet, Eier von Hühnern mit freiem Auslauf und Gemüse ohne Einsatz von chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmitteln. Das GOP Naturaplan-Sortiment umfasst aber auch Mehl, Brot, Birchemüsli, Apfelsaft und andere Produkte. Alle GOP Naturaplan-Produkte, die biologisch angebaut wurden, werden streng kontrolliert durch den VSBLO. Und der Präsident der Vereinigung Schweizerischer Biologischer Landbauorganisationen ist heute bei uns im Studio. Guten Abend Herr Frischknecht. Guten Abend. Was genau versteht man eigentlich unter Knospen-Garantie? Zum Konsumenten zu schützen vor dem Missbrauch mit den Begriffen Öko, Bio, Natur nahe, haben die Biobauern schon vor vielen Jahren klare Richtlinien aufgestellt, die heute die Grundlagen der Kontrolle sind. Damit sie ganz sicher sind, dass ein Produkt im Anbau und der Weiterverarbeitung schonend und ohne zweifelhafte Hilfsstoffe hergestellt wird, haben wir die Knospen als Marktzeile geschaffen. Knospen garantiert Ihnen höchste innere Qualität, bester Naturschutz und für die Steuerzahler und die Bundeskassen die günstigste Landbauform, die es gibt. Mehr über Knospen erfahren Sie an der Öko in Zürich. Ich freue mich auf Ihren Besuch. Vielen Dank Frischknecht. Heute ist auf dem Züschbachland die Öko Zürich eröffnet worden. Die MS für menschen- und umweltgerechte Lebensweise und Technik. Auch wir sind dort mit einem Stand vertreten, wo Sie sich noch bis am nächsten Sonntag ausführlich über Goob Naturaplan informieren können. Wie ich schon erwähnt habe, ist Goob Naturaplan nicht immer und überall erhältlich. Natur- und tiergerechte Produkte kann man halt nicht einfach von heute auf morgen so hinzaubern. Für die Umstellung braucht es im Moment noch etwas Zeit und Ausdauer. Nach so viel Naturaplan kommen wir jetzt noch zu den Neuheiten, die es bei der Goob Exklusivmarken Arni und Lousardi gegeben hat. Das Arni Praline Sortiment ist vollständig überarbeitet worden und erfüllt mit einer Vielfalt von schmelzenden Formen in hoch stehender Confiseurqualität auch höchste Ansprüche. Verwöhnen Sie sich oder andere doch einfach einmal mit einer der neuen Arni Praline Mischungen in der neuen Geschenkspackung. Die Lousardi Lasagne, die zweite Neuheit, ist ebenfalls ein echter Genuss. Die Lasagne Bolognese, eine der drei Neuheiten von Lousardi, wird nach bester italienischer Art hergestellt. Frischteigplatten, die nach dem Bachen den richtigen Biss haben, ausgesuchtes Rindfleisch, Tomaten und natürlich der unverzichtbare Schuss Rosso machen die Lasagne zum Erlebnis. Die Schutzfolie am Rand entlang aufschneiden und entfernen. Dann die Lasagne direkt in der Originalverpackung Goldbraunbache. Lousardi Lasagne, die gibt es je nach Region auch noch in den Sorten Toskana und Formagi. Das Ausprobieren lohnt sich. Auch im Goldmarkenfenster ist man heute ganz auf Fussball und auf Sieg eingestellt. Mit freundlicher Unterstützung von Kellogg's. Sie sagen die Mauer. Da kommt keiner durch. Aber Toni und ich, wir haben einen Plan. Jetzt links antäuschen! Siegen trainieren hart und essen zu warm. Esen richtiges Morgen mit Kellogg's Frosties. Wir sind großartig! Zeigen euch, was du kannst. Denn Kellogg's Frosties weiss ich gut. Wirken den Tüger in dir und dir. Und ihr! Kellogg's diese Woche bei uns im Markenfenster und im Aktionsprogramm. Zusammen mit weiteren bekannten Markenartikeln und Coop-Exklusivmarken. Wie zum Beispiel dem Coop Instant Ice Tea. Ein Kilo kostet nämlich nur 5 Franken. Zwei Packungen des Gervais an sechs Portionen. Die gibt es für nur 4,20 Franken. Ausserdem offerieren wir Ihnen 5 Coop-Videokassetten E 180 für ganze 20 Franken. Der Coop-Preisabschlag, das sind Kambli-Brätzle, die von jetzt an nur noch 2,75 Franken kosten. Und alle Bio-Joghurts schlönen ebenfalls ab. 180 Gramm Nattyr zum Beispiel kostet von jetzt an nur noch 70 Franken. Und wenn Sie ein Restaurant suchen, wo man ebenfalls preisgünstig essen kann, dann ist das mein Tipp. Im Coop-Restaurant kostet ein ungarisches Rindgoulage mit Spätzli und Kohlräbli nur 9,50 Franken. Und mit diesen Hinweisen auf das Aktionsangebote von Coop bin ich auch schon wieder am Schluss für heute. Am nächsten Mittwoch sehen Sie dann bei uns unter anderem, wie Coop und offizielle Sponsoren das Fernsehschauen während der Fussball-WM attraktiver macht. Und wie Sie so ganz nebenbei auch noch einen schönen Preis gewinnen. Bis dann einen schönen Abend und auf Wiedersehen.